Hallo und herzlich willkommen hier zum neuesten Video auf dem CryptoRain-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Timo und Liam werden uns heute wieder die relevantesten Themen im Kryptomarkt anschauen. Also danke fürs Einschalten. Ich zeige euch jetzt heute auch sofort, um was zum Video gehen wird. Wir werden uns einmal den On-Chain-Daten, drei verschiedene On-Chain-Daten anschauen. Einmal den LTH Spend Output Profit Ratio. Klär erkläre ich gleich natürlich im Part nochmal etwas genauer. Wir werden uns einen kurzen Tweet hier nochmal durchlesen, was der zu bedeuten hat. Und als letztes werden wir uns hier nochmal bei FTX die Sell Orders anschauen, denn das kann natürlich auch immer relevant zur Preisbildung beitragen. Und danach wird euch Liam natürlich in den Charts wieder up-to-date halten, was auf den Charts so passiert ist, was die wichtigsten Resistance und Support-Zone sind und natürlich ob es neue Pattern gibt. Und ganz zum Schluss spricht Timo da nochmal darüber, dass Nexo, also ein Konkurrent vom Celsius sozusagen, aktuell in das Visier einiger US-Behörden geraten ist und gegebenenfalls sogar eine Insolvenz sich anbart. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran und wir starten auch gleich sofort rein. Ganz kurz vorneweg noch, das Video von gestern ist wirklich wieder phänomenal angekommen. 320 Aufrufe, 42 Likes, würde mich extrem, extrem freuen. Für jeden, der vielleicht hier noch ein bisschen extra Support dalassen will, der einfach einen netten Kommentar schreibt oder einfach das Video hier liked. Macht auch gerne mal die 40 Likes voll, würde mich extrem freuen auf jeden Fall. Für alle, die neu hier sind, natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Da seid ihr jeden Tag, sieben Tage die Woche bis spätestens 14 Uhr up-to-date im Kryptomarkt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch sofort rein. So, in den On-Chain-Daten wollten wir uns ja jetzt einmal den Long-Term-Holder-Spend-Output-Profit-Ratio anschauen. Sieben-Day-Simple-Moving-Average. Klingt erstmal kompliziert, hatten wir aber schon öfter mal in Videos. Eigentlich im Endeffekt einfach nur, ob durchschnittlich die Long-Term-Holder, also die, die vor 155 Tagen oder länger her gekauft haben, ob die aktuell durchschnittlich im Gewinn oder eben im Verlust verkaufen beziehungsweise die Kryptos wieder weitersenden. Das ist ja immer das, wovon wir ausgehen in den On-Chain-Daten. So, das ist aber extrem typisch, muss man sagen, dass wir aktuell hier deutlich im Verlust sind. Sind wir ja schon seit einigen Wochen, fast schon, ja, seit einigen Monaten schon. Und das ist sehr, sehr normal für einen Bärenmarkt. Wir sehen das schon hier, auch 2015, 16 hatten wir eine lange Zeit, wo mehr Verlust realisiert wurde, als Profit realisiert wurde. Auch 2019 haben wir das Ganze gesehen. Sogar 2020 bei dem Flash-Sale haben wir kurzfristig gesehen, dass die Leute im Verlust durchschnittlich verkauft haben. Das heißt, das hier ist eher eine Statistik, die für mich aussagt, dass aktuell zu einem sehr niedrigen Preis einige Leute noch bereit sind zu verkaufen, obwohl sie im Verlust sind. Und das heißt tendenziell für mich immer, dass diese Bitcoin, die gerade verkauft werden, zu einem sehr geringen Preis, das heißt, es wird sehr wenig Geld aus dem Markt genommen, von Geld, was vorher in den Markt geflossen ist. Und was sozusagen die Möglichkeit eliminiert, dieser Personen, die vielleicht an Bitcoin nicht so stark glauben, dass die es nicht mehr möglich haben, wenn wir jetzt beispielsweise wieder bei 30k sind, bei 40k sind, da können sie dann eben nicht mehr verkaufen, weil sie jetzt eben schon verkauft haben. Und das heißt, wir werden auf dem Weg nach oben immer weniger Verkaufsdruck haben, umso länger wir, sag ich mal, hier diesen realisierten Verlust sehen werden. Das ist meine Meinung. Das würde davon ausgehen, dass dieser Verlust ja hauptsächlich an Leute, die langfristig an Bitcoin glauben, verkauft wird. Und dementsprechend die Leute tendenziell eher länger ihre Bitcoin halten und eben nicht kurzfristig wieder verkaufen, sobald wir bei 30 oder 40k sind, ist zumindest meine Meinung. Also erstmal hier meiner Meinung nach eine sehr gute, gerade sag ich jetzt mal mittelfristig, also für das nächste halbe Jahr, zwei Jahre für den nächsten Bullenmarkt, im Endeffekt eine sehr gute Statistik, wenn wir hier durchaus realisierten Verlust sehen in einem Bärenmarkt. Die zweite Sache, die wir uns anschauen wollen, beziehungsweise ist jetzt keine On-Chain-Statistik, aber eine kurze News, die ich kurz mal erwähnen wollte. Coinbase hat geblockt, dass US-Accounts, beziehungsweise an US-Bank-Accounts ausgezahlt werden kann. Das heißt, jeder, der jetzt in der US wohnt, der kann jetzt aktuell nicht mehr von Coinbase auf sein US-Bankkonto auszahlen. Wir wissen jetzt noch nicht, aufgrund von was das Ganze jetzt gekommen ist. Ich gehe davon aus, dass Coinbase das relativ schnell wieder fixen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, das wäre natürlich der Worst Case, sag ich mal, dass das mit irgendwelchen neuen Regulierungen zu tun hat, als die wir jetzt vielleicht noch nicht öffentlich bekannt sind. Aber das muss man jetzt natürlich erstmal schauen. Dennoch eine sehr wichtige News, glaube ich, denn sowas kann natürlich immer zu einem kurzfristigen Abverkauf kommen, wenn da jetzt daraus kommen sollte, dass diese News erstmal Bestand haben oder sich vielleicht sogar nochmal etwas in dieser News verschärfen wird. So, die letzte Sache, die wir uns anschauen wollen, ist auch nicht sonderlich Bullish, aber auch gerade eher kurzfristig wieder gedacht. Und zwar haben wir ziemlich große Sell-Orders auf den FTX BTC Perpetrials und das muss man ehrlich sagen, könnte auch wieder ein Indikator dafür sein. Wir haben hier Sell-Orders bei 19.700, das heißt wirklich extrem kurz unter über unserem Preis. Mehr oder weniger, falls wir jetzt nochmal einen kleinen Wig-Off sehen würden nach oben, würde dieses Sell-Order sofort gefüllt werden. Und auch bei 21.300 haben wir noch große Sell-Orders. Das heißt, einige Big Player gehen aktuell noch davon aus, dass wir eben nochmal abverkauft werden beziehungsweise, dass selbst wenn wir jetzt nochmal pumpen, wir trotzdem nochmal abverkauft werden. Das ist natürlich erstmal keine gute Nachricht und könnte natürlich auch bedeuten, dass wir gegebenenfalls nochmal trotzdem sehr, sehr kurzfristig, also in den nächsten Stunden vielleicht einen kleinen Pump nach oben sehen, aber mittelfristig, also nicht mittelfristig eigentlich, sondern ich sag mal normale Kurzfrist, also für die nächsten ein oder zwei Wochen könnte es schon noch sein, dass wenn wir diese Sell-Orders hier füllen, dass wir natürlich nochmal massiven Self-Pressure nach unten bekommen. Könnte natürlich auch sein, dass wir ohne diese Sell-Orders zu füllen einfach nur abverkauft werden, weil wir ja kurzfristig schon an einem sehr interessanten Chartpunkt sind. Und genau deswegen würde ich jetzt auch mal an der Stelle einen Liam übergeben, der sich mit euch die Charts anschaut, die wichtigsten Price-Target und natürlich auch die neuesten Pattern. Ich verabschiede mich für heute. Ciao, ciao. Okay Leute, dann kommen wir auch direkt nochmal zur Chart-Analyse und heute müssen wir uns auf jeden Fall nochmal den Weekly-Chart anschauen, denn wir hatten ja gestern den Weekly-Close und der sah nicht so positiv aus wie gedacht oder wie zuerst gedacht, würde ich jetzt erstmal sagen, aber er sah natürlich jetzt auch nicht allzu negativ aus. Also wir sehen hier, wir sind hier mit dem Kurs über 18.800 US-Dollar geblieben. Zwar haben wir mit der gestrigen Weekly-Channel nicht über 19.000 US-Dollar geschlossen, beziehungsweise 19.100, aber das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wo man die Linie einzeichnet. Also wahrscheinlich haben wir noch im grünen Bereich geschlossen, und trotz dessen könnte es natürlich passieren, da wir ja hier eh mehr oder weniger einen Downtrend haben, dass wir hier nochmal nach unten wegbrechen werden. Wenn wir jetzt auf den Daily-Chart gehen, dann können wir halt hier auch erkennen, dass wir hier momentan immer noch in unserem Breakout aus unserem Rising Wedge sind und unser Rising Wedge hat ein Breakout-Target von ziemlich genau 18.500 US-Dollar. Dementsprechend ist das auf jeden Fall noch nicht gefüllt. Wir sind momentan hier ganz einfach an unseren 19.000 hier wieder etwas gebounced, und dementsprechend wäre es jetzt abzuwarten, ob die heutige Day-Channel hier drüber bleibt oder ob wir hier tatsächlich noch drunter fallen und drunter closeen, weil dann können wir definitiv davon ausgehen, dass wir das Breakout-Target von unserem Rising Wedge füllen werden. Was jetzt natürlich nochmal ganz spannend wäre, wäre, wenn wir jetzt mit dem Rising Wedge nach unten ausbrechen, sinkt natürlich stark die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Bitcoin-Kurs hier nochmal zumindest in den nächsten Wochen, sage ich jetzt einfach mal, an diese obere Widerstandslinie gelangen. Und mich würde wirklich mal interessieren, was passiert, wenn Bitcoin jetzt noch ein drittes, beziehungsweise viertes Mal an diese obere Widerstandslinie hier kommt, ob sie dann nach oben hindurch brochen werden kann oder ob hier tatsächlich weiter abverkauft werden, sodass wir hier tatsächlich nochmal Preise von 16.000, 15.000, 14.000 Westlanden sehen. Was natürlich auch schön wäre, dann kann man nämlich nochmal billiger nachkaufen. Dementsprechend müssen wir uns natürlich auch nochmal den Stundenchart anschauen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Gucken wir mal hier drüben rein. Und hier sehen wir auch nochmal ganz klar, dass wir hier immer noch in unserer Seitwärtsbewegung sind, seit dem 28. September. Und dementsprechend hier auch immer noch über unseren 19.000 Westlanden geblieben sind. Zumindest hier auf dem Stundenchart. Wir hatten dann wahrscheinlich den Dayclose hier gerade mit dieser Candle. Ja, dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal schauen. Aber solange wir hier dazwischen bleiben, denke ich, ist alles stabil. Nur ich finde, wenn man jetzt zu lang oder wenn der Kurs jetzt zu lang in so einer Seitwärtsbewegung ist und jetzt zum Beispiel hier oben gab es ja massig Antests. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann dieses riesige Breakout, was dann rejected wurde. Dann sieht es allmählich danach aus, als könnten wir hier nach unten hinwegbrechen. Denn wir hatten hier halt diese sehr starke Phase. Dann hatten wir hier ein wirkliches Breakout. Das hat beides aber mehr oder weniger nichts gebracht. Und jetzt sind wir hier schon an die untere Linie gefallen. Das heißt, ich würde sagen, dass es nicht allzu unwahrscheinlich ist, dass wir hier nochmal nach unten wegbrechen werden und dann zumindest nochmal hier in Richtung 18.600 US-Dollar fallen werden. Das kann hier natürlich auch mit einem Pattern passieren, aber das ist hier natürlich ein bisschen schwierig einzuteilichnen. Man könnte das hier jetzt als so eine Art Head & Shoulders sehen. Hier quasi mit den Schultern oder Reverse Head & Shoulders besser gesagt und hier mit dem Head. Aber das ist natürlich hier wirklich nicht so gut zu erkennen. Dementsprechend würde ich sagen, es ist nicht so valide und euch jetzt einfach mal, würde ich jetzt einfach mal sagen, keinen Pattern verkaufen, sondern hier einfach mal darauf achten, ob diese horizontale Supportlinie hier halten wird. Ja Leute, das war es mit der Chartanalyse und ich wünsche euch viel Spaß beim News-Part mit Timo. Nach dem Zusammenbruch von Celsius, Free Errors Capital und Voyager Digital, jetzt auch noch Nexus, der größte Krypto-Landing-Dienst, den wir aktuell im internationalen Raum haben, ist jetzt ins Visier der US-Börsen geraten und diese fürchten eine mögliche Zahlungsunfähigkeit. Was das Ganze bedeutet und vor allem die Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs, das Ganze besprechen wir jetzt hier im News-Part. Generell können wir davon sprechen, dass der Landing-Space bzw. die Landing-Industrie in den letzten Monaten natürlich durch die Insolvenzen und Vorwürfe rund um Ponzi-Schemes sehr, sehr schlechten Ruf erlangt hat. Jetzt aber neue Klagen von verschiedenen Behörden, unter anderem in New York, Kalifornien, Kentucky. Insgesamt geht es hier um acht Bundesstaaten in den USA. Was ist der Vorwurf? Und zwar geht es um das Finanzprodukt Earn auf der Seite von Nexus. Hierbei kann man eben eigene Kryptowährungen bei dem Unternehmen einlagern und bekommt darauf dann Zinsen gezahlt. Laut den Behörden handelt es sich dabei aber um ein unlizenziertes bzw. nicht registriertes Wertpapier. Ganz kurz den Unterschied erklären. Es ist eben so, wenn man durch beispielsweise einen Token von einem Unternehmen profitiert und eben nicht von beispielsweise einer Blockchain, also einem Utility-Token, dann handelt es sich um ein sogenanntes Wertpapier. Das bedeutet immer sehr, sehr schwierig, wenn es um Finanzprodukte geht, die eben Zinsen zahlen, ohne dass dort etwas passiert. Und genau das ist jetzt eben der Vorwurf. Mit 36% Jahresrendite ist das natürlich auch eine sehr, sehr große Ansage und das Ganze ist jetzt eben in das Visier der Behörden geraten. Unter anderem werden sehr große Bußgelder von Nexo in den verschiedenen Bundesstaaten gefordert für eben diese Nichtregistrierung des Finanzproduktes als Wertpapier. Sehr kritisch wird es aber darüber, über diese Strafzahlungen nochmal in New York. New York hat nämlich ein eigenes Lizenzsystem für Kryptounternehmen. Diese brauchen eben Lizenzen, um im Bundesstaat New York agieren zu können. Und eben diese BIT-License hat Nexo nicht. Und deshalb möchte jetzt auch der Bundesstaat New York nochmal einzeln gegen eben genau diese fehlende Lizenz vorgehen. Und hier gab es bereits eine Klage im Juni gegen BlockFi und diese wurden damals wirklich auf eine Million Dollar verklagt. Das Ganze kann Nexo jetzt hier im Bundesstaat New York auch noch bedrohen. Was darüber hinaus auch noch sehr interessant ist, dass die vorhin angesprochene Zahlungsunfähigkeit und zwar sind laut den New Yorker Anklagen insgesamt die Abbildungen der Fonds beziehungsweise der Reserven von Nexo nicht 100% vertrauenswürdig. Nexo hat im Jahre 2021 eine Klarstellung beziehungsweise eine Prüfung seiner Reserven angeordnet. Dieses Realtime-Attest ist hier auch nochmal auf Trust Explorer zu sehen. Hier sind angeblich eben die Reserven über 100% gegenüber den Kundengeldern. Das bedeutet sogar über plus 100%, also sogar mehr Geld als eben die Kunden bei Nexo eingelangert haben. Jedoch sprechen aber die Behörden davon, dass das eben nicht dem aktuellen wirklichen Stand entsprechen soll. Warum sprechen die davon? Und zwar geht es wohl darum, dass einige Assets nicht so liquide seien, wie es eben angegeben ist. Das bedeutet, sollten wir jetzt einen größeren Crash sehen, sehr viele Anleger wollen von der Nexo-Website auszahlen, dann wäre es wohl laut den Behörden in der Anklageschrift nicht möglich, diese Assets auszuzahlen und somit dann eben eine Liquidität zu gewährleisten und damit könnte das Unternehmen eben insolvent gehen. Wir sehen also schon ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt. Was dabei wirklich rauskommt, wird jetzt wahrscheinlich eine neue Prüfung der Reserven beweisen. Das Ganze müssen wir erstmal abwarten und danach können wir eben von neuen Tatsachen sprechen. Ich würde sagen, es war es jetzt soweit zum Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke hier jeden Tag Content bis 14 Uhr. Das war es soweit von mir. Bis morgen zum nächsten Video. Ciao.